Ja, grüßt euch, Buam. Heute geht's darum, auf was es als Mann am Dating-Markt zu achten gilt. Genauer nochmal dargestellt in einer Grafik, wo sehr klar sichtbar wird, wo die Stellschrauben sind, auf was ihr achten könnt. Denn, um was es ja in der Red Pill häufig geht, wenn man das aus der Männer-Sicht beleuchtet, ist ja, wie die Frauen auf dem Dating-Markt agieren. Und letztes Mal haben wir es von der anderen Seite gezeigt. Aber diesmal geht es um den Klassiker Hypergamie, nur erweitert in der strategischen Partnerwahl. Und ich habe mir da jetzt nochmal die Mühen gemacht, die Kernstudien zusammenzufassen in diese Grafik rein. Weil was da oftmals verkannt wird, wenn du jetzt hier so im Mainstream oder selbst ein bisschen mal in den alternativeren Kreisen schaust, Die fokussieren sich ja primär nur auf die Mr. Stabil, sozioökonomische Seite der Jordan B. Peterson und andere. Weil sie ja leider Gottes die zweite Kehrmedaille der weiblichen Selektion nicht so gern beleuchten. Aber trotzdem ist es wirklich sehr, sehr wichtig. Weil, wie es der Meister Joder ja gesagt hat, es muss immer zwei geben. Ein Mr. Sexy und ein Mr. Stabil. Idealerweise in einem Mann. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann wird halt nach Zweitstellen ausgeschrieben und so weiter. Wir kennen es alle. Gehen sie fremd. Kennst du schon von vielen Weibern? Die sagen, ich habe einen Freund, aber der bringt nichts im Bett. Das andere alle ist okay. Und da besteht dann halt immer die Gefahr, wenn man nur diesen sozioökonomischen Status Mr. Stabil, die Beta-Seite fokussiert, dass eben der Karl Donnerl oder der Mr. Sexy dann mal den Tango de la Muerte tanzt. Da wird aber leider Gottes häufiger dann auch weggeleugnet, weil es halt jenseits der Moralität dann auch funktioniert. Aber das ist halt ein Aspekt der evolutionären Psychologie. Da geht es ja primär um das Überleben und nicht um irgendwelche moralischen Einschätzungen. Und deswegen schauen wir uns deswegen hier auch die objektivere Seite an, weil es ja trotzdem nicht die Realität verändert und euch dementsprechend das am Dating-Markt ja dann hilft. Denn wenn man schaut, was wollen denn Frauen, wie vorhin gesagt, die guten Gene, das ist dann hier Männlichkeit, Attraktivität, der Sexiness-Faktor, aber nicht zu vergessen natürlich auch die Mr. Stabil-Seite. Trotzdem fokussieren sich die meisten Männer viel zu sehr auf diese emotionale Seite und deswegen ist es ja auch immer wichtig, auf die Lustfaktoren zu schauen. Was macht denn die Frauen intrinsisch scharf? Mit wem würden sie denn einfach mal so kurz hier ein kleines Bungerle machen? Ach, der Toni! Und diese Männer müssen dann eben nicht zuerst den Status vorweisen, sondern da reicht es auch meistens, wenn sie früher mal Asi gewesen sind. Aber das ist dann gerade dann eher hier diese Lustzone und damit würde ich auch gerne anfangen, weil da kommen ja immer zwei Faktoren. Das ist halt erstens das Aussehen und da kannst du ja nur teilweise was machen. Also Attraktivität, wie ist die Gesichtsform klar, wenn du mehr abnimmst vor allem, kommen mehr Strukturen raus oder auch durch das Jaw-Maxing, wie es ja heißt, durch das Mewing, das dann halt hier ein bisschen am Kiefer trainiert wird, um da seitlich aufzutrainieren. Aber natürlich auch die körperliche Fitness, Muskeln und die allgemeine Form, ja, das V-Taper, wie es im Englischen heißt, das haben sie hier herausgefunden in dieser Meta-Analyse, dass im Großen und Ganzen Stärke und Muskularität der stärkste und einzig konsistente Predictor war, also die Voraussagekraft, die hier das Mating und aber auch die Reproduktion vorausgesagt hat. Ja, also je nachdem, wie sich die Stimme anhört, Körpergröße, Testo, das sind alles Dinge, die zwar hier die Bungalas voraussagen, aber die Reproduktion, da kommt eben, wie sie hier nochmal sagen, in diesen Studien, der ganzen Studien, die Stärke und Muskularität am meisten als Voraussagbarkeit eben in Kraft. Und das ist dann eben, warum man auch sagt, okay, Fitness etc. pp., aber nicht nur das, sondern es braucht ja auch die Männlichkeitsaspekte, die prosoziale Dominanz, weil daraus oftmals Status impliziert wird und das ist natürlich für beide Seiten, für den Versorger, weil da geht es dann eben um die Präsentierbarkeit, das schauen wir uns später an, aber hier auch um den Besorger, ja, da ist es dann halt auch wichtig, weil es häufig dann halt auch mit Verführungs- oder Führungskompetenz allgemein einhergeht und das finden ja viele Frauen scharf, ja, also der Typ, der von anderen Männern vor allem Ansehen hat und mit denen in Kollaboration ist, das muss ja nicht immer dieser Schimpanse sein, wie es oftmals, ja, fast schon dümmlich dargestellt wird, sondern auch der sozialkompetente Typ, der Fingerspitzengefühl hat, der dann auch im Dialog mit der Frau die Verführung kann, ja, dass er weiß, was beschäftigt die gerade, wo steht die gerade emotional. Das ist ja auch wichtig, dass du im Einklang mit ihren und deinen Emotionen bist, um das dann auszutarieren, aber zeitgleich auch, sehen wir auch sehr häufig, die Fähigkeit zur Konfrontation, also Eigeninteressen darstellen und vor allem Grenzen umsetzen, nicht durch das verbale Labern, hey, das ist meine Grenze, sondern durch das Zeigen am Verhalten. Und da, wenn du das eben kannst, dann kommst du viel eher, und da brauchst du ja auch gar nicht diese Versorgiaspekte, in die F-Boy-Zone, ja, wenn dann die Frau sagt, oh, das war ein Fehler, da sind wir bei den 5 bis 7, und dann aber weiter vorne, der richtige Bad Boy, der dann halt das nochmal weiter auf die Spitze treibt, wie man es ja am ersten Propheten, am ersten Gospel dann auch durch seine Fallbeispiele, durch seine Erlebnisse gehört haben. Wenn die dann sehen, ah, der Toni, der hat einen guten Ruf, der ist früher ein Assi gewesen, ah ja, und da wollen sie natürlich schnell mit ihm zusammen sein, aber wenn es ums Ficke geht, ach, der Toni, den musst du mal, den musst du mal nehmen. Ja, und der hat ja weniger Status und was weiß ich alles, wo sie sich dann immer die Beta-Versorger einbilden, oh, ich hab so viel Geld, oh, Status, das zieht halt meistens eher in die Stabilitätsfaktoren und nicht zwangsläufig dann hier hoch. Und was man da eben so spannend beobachten kann, ist halt hier auch die sogenannte Endzone. Das ist dann die Neutrumzone, das sind Männer, die Frauen gar nicht als Männer wahrnehmen, sondern eher als so Neutrum, was da irgendwo rumschwebt im Raum und Zeit, die werden gar nicht wahrgenommen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man schaut, hier auf der Lust-Ebene und auf der Stabilitätsebene weiter hochzuleveln, ohne hier in die unguten Ebenen abzudriften. Und da kommen wir eben auch jetzt auf die andere Seite der Achse, die Versorgerseite. Da geht es nämlich primär drum, um die Präsentierbarkeit, weil wenn eine Frau mit einem Mann was anfängt, ist es halt nun mal ein Faktor, ja, nur Männer objektifizieren Frauen, ganz klar. Währenddessen hier, ach ja, der Doktor, der Ingenieur, guck mal, die Männer immer hergezeigt werden. Und da ist natürlich Einkommen ein Faktor und auch der Status und welchen Titel der hat. Und das macht es ja noch schwieriger, weil eine Frau datet ja selten bis nie unter ihrem eigenen Status. Klar gibt es da auch wieder die Frauen mit elf Fingern etc. Wir kennen sie alle, die Ausreißer. Trotzdem ist es ja dann genau dieser Punkt. Sie können zwar Geld selber verdienen, aber er soll noch mehr Geld haben oder zumindest das Potenzial dazu. Zumindest aber, dass er dann Status hat, ein Doktor, zehn Doktoren und so weiter und so fort, im Faktor der Präsentierbarkeit. Aber, da schaut leider Soja-Nascher hier, auch die emotionale Verfügbarkeit, die Verträglichkeit und diese liebevollen Aspekte. Und das wollen Frauen ja auch in der Beziehung. Aber es ist ja nicht diese eine Seite. Wie häufig gesagt, das dürfen wir nie vergessen, es ist ja diese zweiseitige Medaille der Hypergamie, die oftmals geleugnet wird. Deswegen ist der Fokus hier weitaus besser gelegt als nur auf diese liebevolle Dinge. Weil die meisten Männer sind ja schon aus diesen Single-Mütter-Haushalten oder primär von Müttern erzogen worden. Da sind sie ja schon diese heldenhaften, emotional verfügbaren Typen. Aber das bringt dich dann halt leider primär nur in diese Friendzone, um als emotionales Zampon dann zu landen, wenn dann der Karl Donner Lörres sich bei der wieder nicht mehr meldet. Oder dann der klassische Ted Mosby, das ist der Beta auf der Wartebank. Ja, der Ingenieur, der dann halt alle hier Beta-Aspekte erfüllt. Aber dann drauf warten muss, bis die Ü30-Oma vom Gurkenkarussell runter ist und dann plötzlich Jesus gehört hat und bereit für die Heirat ist, dass dann der Beta auf dem Absteiggleis aktiviert wird. Aber das kommt ja mit vielen Problemen einher, gerade was wir im letzten Video besprochen haben, was Thema Prägung und so weiter angeht. Da haben es solche Männer dann sehr, sehr schwierig, überhaupt an Leckerlis in eine Beziehung zu kommen. Weil da fängt die Frau ja nichts Sexuelles an mit dem, weil sie intrinsisch motiviert ist durch Lust, sondern das ist eher so ein Transaktionsding. Und das ist dann einmal im Monat der Seestern. Währenddessen, wenn diese Faktoren hier fokussiert werden, dann natürlich ganz, ganz schnell ganz andere Ebenen offen sind. Du eine ganz andere Seite von Frauen erleben kannst, etc. pp. Und das sind natürlich nicht nur Dinge, die für die Frauen Spaß machen, sondern primär sollten sie eigentlich für die Männer da sein. Und deswegen gibt es ja auch demnächst wieder das Red Pill Al-Qaida Camp, wo dann solche Sachen primär trainiert werden. Der Austausch unter Gleichgesinnten. Hier auch ein bisschen die Schleichwerbung in eigener Sache, wo eben solche Dinge dann möglich sind, wo man ohne Maulkorb sich austauschen kann über diese Dynamiken. Und vor allem, was mir immer wichtig ist, dass diese Themen dann übertragbar sind im Austauschen mit Gleichgesinnten, im Dialog mit anderen Männern, weil da das eben weitaus besser geübt, trainiert werden kann. Im Vergleich sich nur immer auf mentale Masturbation zu fokussieren und zu verlassen. Aber um da jetzt nochmal ein bisschen weiter zu keulen, das ist ja wirklich dann sehr, sehr spannend. Wenn du diese Punkte weiter trainierst, dann merkst du langsam, wenn du jetzt noch nicht den Status hast, ja, kannst ein jüngerer Typ sein, 20, 25, dass du dann mehr in solche Gegenden reinkommst. Das war ja bei mir genauso, wo ich angefangen habe mit 22, habe ich dann plötzlich gemerkt, heu, da geht ja viel mehr und wo kommt denn das her? Und das Geile ist, wenn du dann halt auch noch diese Mr. Stabil-Aspekte, sozialen, ökonomischen Status hochfährst, dann kommt plötzlich häufiger dann auch die Lucifer-Frage. Ja, oh, ich möchte endlich ankommen, gell. Was sind wir denn eigentlich? Den Spruch haben wir alle schon gehört. Und je weiter das dann halt gelevelt wird, desto mehr kommen dann hier in die Heiratsmaterialien rein. Oder das ist natürlich das Endziel, wenn du dann eine 8 von 10 in diesen Mr. Sexy-Aspekten bist oder dann auch in diesen Versorger-Aspekten. Dann hören wir, wie es ja der erste Prophet schon damals gesagt hat. Ah, geil, das ist er, das ist der Mann fürs Leben. Ja, ja. Und da dürfen wir nochmal die noch geringere Konkurrenz eigentlich immer mit reinfaktorieren, weil die meisten werden ja zu Soja-Naschern sozialisiert und die checken diese Dinger ja meistens nicht, weil sie ja dann auch eine Erkenntnisangst haben, weil sie zu sehr in der Matrix indoktriniert sind. Aber wirklich das zu checken ist ja der absolute Mehrwert und sich dann viel mehr auf diese Dinge zu konzentrieren. Und klar, da gibt es auch die Gefahr, dass man zu sehr sich darin verliert oder zu sehr dann das auch nur macht, um es wieder den Frauen recht zu machen. Aber da ist dann halt auch immer wieder diese Wichtigkeit, auf den inneren Fokuspunkt, den mentalen Ursprungsort bei sich selber zu achten und bei sich selbst auch zu bleiben, dass die Eigenmotivation nicht so sehr nach außen geht, dass man nur der weitere dressierte Dackel ist, in der Hoffnung, dass man jetzt hier wieder die Frau oder die Ersatzmama glücklich machen kann. Das sind ja dann auch immer Dynamiken, vor denen hier gewarnt werden darf, wenn es darum vor allem um verborgene Verträge geht. Also ich muss unbedingt Führungskompetenzen lernen, aber nur um endlich anzukommen von der Männerseite, wenn man dann hier noch den Soja-Nascher so eingestellt hat, dass der sich diese Ressourcen nicht aus dem Inneren zieht, sondern von den externen Anerkennungen von den Ü30-Omas oder auch von attraktiven Frauen. Und das sind dann halt auch Gefahren. Aber im Großen und Ganzen ist das schon mal eine gute Übersicht, die euch bestimmt auch weiterhilft. Und damit würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Ende. Und ich hoffe natürlich auch hier, dass ich euch das näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Fiat's euch!